Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banishers Ghosts of New Eden. Wir stehen gerade vor einer Entscheidung und zwar vor der, welchen Weg wir als nächstes gehen. In der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgelaufen und was ist das hier für ein Wetter? Ist ja eklig. Auf jeden Fall in der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben Dinge erledigt, Fragezeichen gemacht, waren wieder einmal im Reich der Toten, es war wundervoll, es war ganz toll und jetzt können wir uns entscheiden, gehen wir in diese Richtung oder in diese Richtung, diese Richtung oder diese Richtung. Ich nehme diese Richtung, weil das näher dran liegt, habe ich jetzt spontan aus dem Bauch heraus entschieden. Ja, und deshalb... Der Albtraum kann so viele Formen annehmen. Schnee, zerstörte Brücken, all das und noch mehr. Ich weiß, man fragt sich stets, war das jetzt die Natur oder doch der Geist? So, und da vorne ist scheinbar schon wieder irgendwas. Also hier, eine Brücke. Okay, scheinbar. Ah, wo, wo? Da! Mit dem Geräusch werde ich ja mittlerweile immer hellhörig. So, haben wir es befreit. Sehr, sehr schön. Jetzt könnten wir theoretisch da lang oder hier lang, quasi Richtung Quest. Was ist hier? Die Neugierde siegt. Wie meistens. Okay, da gehen wir wohl nicht lang. Dieses Land braucht bessere Brücken. Sonst wird das nie was. Dem stimme ich eindeutig zu. So fast jede Brücke, über die man gehen möchte, die ist einfach weg oder kaputt. Auf jeden Fall nicht passierbar. Was? Ach, Wofi. Genau, bleib. Du genauso, Kollege. Oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich doch glatt versäumt. Glatt versäumt unsere neuen... Äh, unsere neue Fähigkeit auszuprobieren. Perfekter Wechsel. Okay, das war auch mal nicht der Punkt, wenn ich auch noch da bin. Egal. Ähm, weiter im Text? Oder weiter auf dem See? Das sind dann wohl die Harrows. Was für ein einfallsreicher Name. Klingt doch hübsch. Das sind dann wohl die Harrows. Hä, wer denn? Wo denn? Sind das Leute, die wir suchen sollen? Ich habe offen gestanden voll vergessen, was Sache ist. Aber noch habe ich keine Leichen gesehen, deswegen weiß ich nicht, was er meint. Das sind dann wohl die Harrows. Da sehe ich nur Gedöns. Hier, ja, was ist hier? Eine Klippe, es ist wunderschön. Dank, dank, warte. Piz. Piz muss mit. Und da vorne ist ja eine Hütte. Das sind dann wahrscheinlich die Harrows. Hier sind überall Fackeln. Voll schön eigentlich. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. So, der kriegt jetzt hier erstmal einen auf eine Mütze. So, da. Mütze. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt einfach mal rüber. Zu den Harrows. Scheinbar. Das sieht auf jeden Fall bisher ganz cool aus mit den ganzen Fackeln da an den Wänden. Und ich dachte irgendwie, dass seine Hütte... Nein, es ist ein Höhleneingang. Ups. So kann man sich irren. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Die Höhle erkunden. Hexensucher. Okay. Dann erkunden wir mal die Höhle. Ein Dock. Eine unterirdische Anleggestelle. Interessant. Cool. Ah. So. Falls uns noch niemand bemerkt hat, spätestens jetzt wissen sie, dass wir da sind. Nach diesem Schuss in der Höhle, der ja wahrscheinlich auch ordentlich Gehalt hat. Dann renne ich hier mal ein bisschen. Na, Anruf? Nicht? Na gut. Wir gucken uns um. Wir looten. Hier können wir runter. Hier können wir Dinge verwenden. Es passiert wahrscheinlich nichts. Es passiert ja doch was. Achtung. Ein Schemen ergreift Besitz. Wunderbar. Sehr Spaß. Ah, ist das schön. So. So. Und. Dann hier den Kollegen da hinten. So. Und. Dem springen wir auch nochmal in die Nase. Bereit für den Einsatz. Tada. Ein Träumchen. So. Was ist denn jetzt hier runtergekommen? Okay. Hier können wir hoch. Ist das der richtige Weg? Weil ich will ja eigentlich zuerst den Falschen gehen, um genug zu sehen. Also um alles mitzukriegen und so. Ich will ja nichts verpassen. Eigentlich. Wie weit ist denn der Weg hier hoch? Okay. Es wirkt ja gerade hier fast friedlich mit den Tiergeräuschen. Beinahe friedlich und idyllisch. Und ich glaube, ich bin richtig. Oder falsch. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier weiter. Saradines Insel ist ein beschaulicher Ort. Aber von hier aus würde man das niemals erahnen. Das sollte auch so bleiben. Ist besser für alle. Das ist wohl richtig. Okay. Und wir scheinen tatsächlich auf dem richtigen Weg zu sein. Wir haben die Ecken entdeckt. Cool. Und nun? Erkunden. Okay. Dann erkunden wir die Ecken doch mal. Hier sind... Fragezeichen. Irgendetwas... Lässt hier den Boden vibrieren? Glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie ich das finde. Da ist ein Wagen. Was hat der zu verbergen? Gegner. Natürlich. Was sonst? Wunderbar. Noch mehr Spaß. So, Kinnhafen. Dann gibt es hier nochmal ein paar auf die Nase. Da ist noch einer. So, noch einer. Da hinten. Du schießt nicht auf uns. So. Okay, das war's soweit. Das ist gut. Sammeln Sie es bitte ein. Sammeln Sie bitte auch alles ein, was hier liegt. Vielen, vielen Dank. So freue ich mich. So, okay. Hier ist soweit. Oh, doch. Hier ist was. Ein Buch über die Gründung von New Eden. 1635 bis 38. Wie wurde New Eden gegründet? Wann? Von wem? Dass so viele von diesen Informationen aus der jüngsten Vergangenheit im Nebel der Zeit verschwinden, ist so erstaunlich. Vielleicht hängt das mit der Lebensweise der Siedler zusammen, die sich hauptsächlich auf ihre alltäglichen und religiösen Routinen konzentrieren. Ist diese im Entstehen begriffene Nation dazu bestimmt, ihre Vergangenheit zu vergessen? Ist der Grund dafür, dass sich meine Mitsiedler mit der Überquerung eines Ozeans dazu entschlossen, ihr früheres, oft unerfreuliches Leben zu vergessen, schwer zu sagen? Er gibt in meinem Kopf immer noch keinen Sinn, macht aber auch nichts. Für den Aufbau einer besseren Zukunft glaube ich jedoch, dass man sich an die Vergangenheit erinnern muss. Und so werde ich weiter Informationen über die Gründung von New Eden sammeln, auch wenn meine Neugier einigen meiner Nachbarn missfällt. Ich kann nun mit Sicherheit sagen, dass ein Erkundungstrupp aus der neu gegründeten Stadt Boston das kleine, versteckte Tal zuerst entdeckt hat. In den umliegenden Hügeln fanden sie wertvolle Erze und Metalle. Der Leiter der Expedition war von der unberührten, schönen Umgehung ergriffen und nannte das Tal New Eden. Zudem fiel der Beschluss, mit einigen ausgewählten Männern eine erste Siedlung zu errichten, während der Rest der Expedition nach Boston zurückkehrte, um mehr Menschen und Material zu holen. Die Aufzeichnungen in Boston legen diese Ereignisse auf das Jahr 1635 fest. Der Name des Gründers ist jedoch unbekannt, wie seltsam. Allerdings ist dies angesichts der großen Menge an überall an der Küste neu entstandenen Siedlungen nicht ungewöhnlich. Vielleicht sollte ich bei meiner nächsten Reise nach Boston mehr über diesen Mann herausfinden. Oder mehr Alte befragen. Sicher ist, dass ihre Anwesenheit im Tal die benachbarten Eingeborenen sehr irritierte und verärgerte. Ich habe bereits herausgefunden, dass die einheimischen Stämme das Tal oder einen Teil davon das kranke Maul nannten. Leider wurden im Jahr 1636 einige Kämpfe verzeichnet. Es scheint also, dass die Siedler sich weigerten, das Tal zu verlassen. Aus einigen Siedlungen in den Massachusetts Bay wurden Verstärkungen geschickt, bis die einheimischen Krieger das Gebiet endgültig aufgaben. Die Kolonie New Eden wurde offiziell gegründet, als das Blut der ersten Opfer die Erde, das nicht mehr ganz so unbüretten Tals, drängte. Die erste Kupfermine wurde eröffnet, dann die zweite. Und zugleich trafen immer mehr und mehr weiße Männer und Frauen in der Siedlung ein. Im alten Gouverneurshaus entdeckte ich Verträge über den Bau einer ersten Mühle an der Küste im Jahr 1637, die einem Anton und einer Esther Proctor gehörte. Vor ihrem Geheimnis vor dem Verschwinden schien die beiden eine Zeit lang Gemeindevorsteher gewesen zu sein. Tragische Ereignisse waren in dieser Gegend wohl keine Seltenheit. Immerhin war diese erste Siedlung recht schnell dem Untergang geweiht. Schon zwei Jahre gab es keine Spur mehr vom Handel zwischen New Eden und Boston. Die benachbarten Siedlungen kauften kein Erz mehr. Auch diese Siedlung ereilte dasselbe Schicksal wie schon viele andere. Es machten erste Gerüchte über eine tödliche Seuche die Runde, vermischt mit seltsamen Geschichten über einen schnell wachsenden Sumpf in der Mitte des Tals. Wenn das nicht schon gereicht hätte, um die Siedler fernzuhalten. Allerdings verbreitete sich auch das Gerücht von reichen Minen in den umliegenden Hügeln. Deborah Comenius, Lehrerin in New Eden, September 1687 Die Deborah, aha! Von ihr stammt das also. Also das Buch. Die haben wir ja schon kennengelernt, mehr oder weniger. Also ihren Geist. Der Albtraum ist hier spürbar. Wir sollten vorsichtig sein. Oh Gott. Wir können jede Brücke überqueren. Der Albtraum. Der Albtraum, der Antea getötet hat. Da vorne leuchtet was. Ich schätze mal, da sollen wir hin. Da ist ein Lagerfeuer. Ich schätze mal, da gehe ich viel eher einmal hin. Wenn ich den Weg finde. Versteht sich? Oh, ein schönes Haus. Hübsch. Die Landschaft hier ist hübscher. Es gibt Felder und Weiden. Und das Wetter ist besser. Spürst du die warme Luft? Ich spüre sie nicht wirklich. Aber ich weiß, dass sie da ist. Mit etwas Anstrengung kann ich die Schönheit der Welt noch sehen. Es wäre schön zu denken, dass die wärmere Luft hier die Leute freundlicher macht. Aber da werde ich sicher enttäuscht. Vertrau deinen Instinkten, mein junger Lehrling. Sie werden dir gute Dienste erweisen. Mag sein, aber irgendwie ist das hier voll schön. Also, idyllisch. Gefällt mir. Hier bleibe ich. Hier bleibe ich. Dann pflücken wir noch ein paar Saftlinge. Schön. Und da ist ein Lager. Sehr gut. Das wollte ich einmal. Was? Wer? Wieso? Warum? Wo? Ach, da. Gleich kommt der Schuss. Der Schuss kommt gar nicht. Au. Kollege. Das war nicht fair. Wirklich nicht fair. Dafür gibt es einen aufs Maul. Versuch's mal damit. Da weichte mein Schuss aus. Hä? Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Nö, danke. Kein Bedarf. Ähm, so. Also, bitte. Da weicht der einfach aus. Mehrfach. Was für ein Arsch. Was fällt ihm ein? Das macht man doch nicht. Du hast ein Bereich betreten, der von einer Geisterwache betroffen ist, die Geister an der Manifestation hindert. Solange du dich in diesem Gebiet aufhältst, kannst du nicht zu Antea wechseln und den Rest konnte ich gerade nicht lesen. Geisterschutzvorrichtungen halten mich fern. Ich kann nicht. Ja, ja. Etwas hält mich noch zurück. Hier in der Nähe muss wieder ein Geisterschutz sein. Okay. Also wieder Dinge, die man suchen muss und kaputt machen muss. Ich kann nicht, Rory. Ja, dann lass es doch, Mann. So, wo ist denn das zweite Ding? Hier sehe ich es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist nur... Hä? Warte mal. Komme ich jetzt nicht mit durch? Das ist ja super. Okay, dann muss das Ding hier drin sein. Oder zumindest von hier drin erreichbar. Da oben hängt es. Okay. Besser. Danke. Die Schutzvorrichtungen sahen recht neu aus. Eine Hexe? Trägt nicht die Handschrift von Seeker oder Sirideen. Wir sollten vorsichtig sein. Dann sollten wir das. Erstmal aktivieren wir hier das Lager. Das ist... Erstmal das erste Anliegen. So, das haben wir gemacht. Dann können wir jetzt auch wieder gehen. Beeindruckend. So, und den Bummes machen wir auch nochmal schnell weg. So, hier sind wir nämlich voll... Von hier sind wir gekommen. Ich möchte hier einmal noch nach oben gucken, tatsächlich. So, eigentlich war ja der Plan auch, dass wir erstmal nur das Lager... Aufmachen. Hier ist wieder irgendwo so ein Geist gefangen. Da oben. So, und hier ist eine Kiste. Seht ihr, hat sich schon gelohnt, hier hoch zu gehen. Hat sich schon gelohnt. Und noch irgendwas Schönes. Schöne Sachen mag ich auch. Dann können wir hier noch was zum Kaputt machen. Da liegt noch was. Wundervöllig. Okay. Dann einmal hier runter gehüpft. Und dann gehen wir mal... Hallo? Wir gehen... Hallo? Danke. Dann gehen wir mal... Äh... Hier durch. Ich sagte hier durch. Irgendwie sind die heute so ein bisschen schwer vom Begriff, glaube ich. So, da ist das Haus. Das Hübsche, das... Dem fehlt ein Stück vom Dach. Ich glaube, wenn es regnet, regnet es da richtig eklig rein. Deswegen gehe ich erstmal hier hin zum Feld. Wie hübsch das aussieht. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe hier von oben... Da leuchtet nämlich was. Da drin. Eine Truhe, wie es aussieht. Und ich hatte die Befürchtung, dass was passiert. Ich hatte die Befürchtung, dass sowas passiert. So, ich sehe schon, das ist was. Das kann man kaputt schießen. Theoretisch, wenn man an der richtigen Stelle steht. Die wahrscheinlich dort oben sein wird. Irgendwo. Äh, von hier komme ich dann nirgendwo hin. Na gut. Dann... Moment. Da. So. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zum Haus und schauen uns dort einmal um. Wer könnte denn dort hausen? Was nun? Ich kann dir von hier aus nicht helfen. Ich kümmere mich schnell darum. Ja, ja, ich kümmere mich schnell darum. Hey, eine neue Gegnerart. Super. Verstärkung. So. Echt, ey. Verschwindet einfach, ihr Säcke. So. Das war das. Das ging Gott sei Dank relativ gut. So. Wo sind hier diese Geisterschutzmechanismen, die unsere gute Anteia von uns fernhalten? Was sie natürlich nicht sollen. So. Prioritäten. Erstmal die Tür zur Truhe aufmachen. Hier sehe ich soweit erstmal nichts. Da geht es theoretisch hoch. Oder runter. Je nachdem. Und ich schätze mal, hier drin wird ein, wird sowas sein. Ähm, hallo? Ach so, da komme ich nur mit Anteia rein. Wie blöd. Warte mal. Kann ich dann... Ist hier... Kann ich? Hier oben? Vielleicht hier oben? Vielleicht hier oben? Nee, hier kann sie wieder zu mir. Okay. Oder? Genau doch. Hier kann sie wieder zu mir. Okay, das heißt, irgendwo da drin, wahrscheinlich irgendwo im Haus, wo ich halt von hier nicht hinkomme, ist etwas, das Anteia fernhält. Das gefällt mir gar nicht mal gut. Hallo Wolf. Tschüss Wolf. Ach komm. Was soll der Geiz? Wir kriegen wenigstens ein bisschen Loot dafür. Leinen? Etwas ist hier. Im Verborgenen. Dort. Aber ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt noch laufen müssen, bis wir hier mal was entdecken. Aber, schaut euch das mal an. Die scheint noch nicht lange tot zu sein. Normalerweise haben wir hier keine noch angekleideten Menschen, sondern eher so Gerippe. Hm. Nun gut. Dann laufen wir doch einmal hier entlang. Ich hätte natürlich auch einfach hier rüber gekonnt. Wie mir jetzt im Nachhinein auffällt. Aber gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Zerstöre die Geisterschutzvorrichtungen, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Unbedingt. Dafür muss ich sie nur leider erstmal finden, meine Gute. Da ist eins. Achso. War es das schon? Oder? Ach komm schon. Okay, sehr schön. Jetzt kann ich wieder. Sehr, sehr gut. Was ist hier? Lesen. Eine Bibel. Die lesen wir nicht. Das nehmen wir einmal mit. Und hier dürfen wir nicht vergessen, hier ist etwas, also eine verschlossene Truhe. Und hier ein Tagebuch des Farmers. 20. Februar 1694. Will und ich hatten einen Streit. Der Boden ist noch nicht aufgetaut und wir sind spät dran mit der Saat. Es war kein einfacher Winter und wenn die Ernte ausfällt, wird der nächste noch härter. 28. Februar 1694. Wie die Zeit verfliegt. Aber der Frost hält sich hartnäckig. 18. März 1694. Wir haben immer noch nicht ausgesät und ich fühle mich krank. Ich werde mich ins Bett legen und weiterschreiben, wenn ich wieder wach bin. Wie es aussieht, ist er nie wieder aufgewacht oder hat nie wieder weitergeschrieben. Aber schätzungsweise, schätzungsweise ersteres, würde ich behaupten. Das Ding ist natürlich auch die Frage, was sollen wir machen? Was sollen wir finden? Wen sollen wir finden? Wir sollen die Ecken erkunden. Wir sollen hier hin. Hier sollen wir erkunden. Aber was soll hier denn sein? Oh, wir können das Ding ziehen. Oh, wir können das Ding ziehen. Ah, ich sehe Dinge. Ich sehe es, ich sehe es. Ich habe es rausgefunden. So. Ne? Ja, das sieht gut aus. Guck mal. Dann können wir hier hoch und hier hoch und dann finden wir jetzt den Kollegen im Bett, der gerade Tagebuch geschrieben hat. Ne, hier ist gar kein Bett mehr. Hier war scheinbar nie ein Bett. Finden wir hier den Schlüssel? Scheinbar nicht. Gut. Okay, also von hier nach unten. Ah, und dann sollen wir hier das Ding ziehen wieder. Und dann kommen wir da rauf. Okay. Und dort ist jemand gestorben. Der letzte Brief eines Farmers. Faith ist tot. Und jetzt laufen diese Monster auf der Farm herum. Ich konnte gerade noch so entkommen und fand Zuflucht auf der Anhöhe. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Niemand wird nach mir suchen. Oh, Herr, hab Erwarmen. Hm. Aber wir sind schon wieder raus aus dem Gebiet. Seht ihr das? Was soll ich denn machen hier? Sag mal. Ich habe keine Ahnung. Ich bin vollkommen überfragt. Schlüssel zu einer Kiste eines Farmers. Moment. Moment. Außerdem kann es sein, dass ich hier irgendwas übersehe? Weil irgendwas übersehe ich doch. Ich bin hier im Questgebiet sozusagen. Ich soll die Eggen erfunden. Ich tue dies. Aber ich finde nichts. Hier. So, normalerweise ist es nicht so schwer, was zu finden. Wenn wir ehrlich sind. So, wir haben die Kiste aufgesperrt. Oh, ein neues Gewehr. Der Opportunist. Wie schön. Und hier sehe ich gerade liegt dann wahrscheinlich das ist wahrscheinlich die Faith, die das Tagebuch geschrieben hat. So weit, so gut. So, ich hole mir jetzt nochmal schnell die Truhe von unten. Und hier ist auch noch Erkundungsgebiet. Aber was soll ich hier finden? Was soll ich hier triggern? Kann ich hier irgendwas triggern? Ich bin verwirrt. So, das war ja auch nur eine Truhe eigentlich. Also, was soll ich hier finden? Oh hey, da liegt noch was. Also, da liegt nichts. Da hängt was. Und jetzt nichts da. Da. Leine. Wunderbar. Trotzdem. Ich bin überfragt gerade. Ich gucke mal auf die Karte. Oh. Ach so. Ich war da raus aus dem Gebiet, weil das schon wieder raus aus dem Gebiet ist, sozusagen. Und ich muss irgendwo hier was finden. Hier irgendwo scheinbar, wie es aussieht. Aber was zum Teufel? Was denn? Habe ich gerade gesehen, dass es hier hinten hoch geht? Tatsache. Tatsache. Hm. Hm. Okay, hier ist nur noch eine Kiste. Ich freue mich über diese Kiste, aber wo soll ich hier etwas finden? Wir haben das Haus der Farmer gefunden. Und wir haben festgestellt, die sind gestorben, weil da irgendwelche Wesen waren. Wahrscheinlich die Geister, die wir umgebracht haben. Was natürlich sehr schön ist, aber was hat es sonst mit dem ganzen Bums hier auf sich? Was können wir tun? Können wir überhaupt was tun? Was hat das hier alles zu bedeuten? Da ist das Lager. Da kann man hoch, theoretisch. Praktisch ist das etwas kompliziert, da hochzukommen. Moment. Hey, da hängt jemand. Holen wir den mal runter. Dann können wir ihn looten. Wie kaltherzig, Alter. Wie kaltherzig. Es tut mir leid. Ich meine das doch nicht so. Ich meine, so, jetzt sind wir wieder hier beim Lager. Das ist wunderbar. Ich bin aber der Meinung, ich habe hier jetzt jede Menge eigentlich gesucht und nichts gefunden. Ich habe hier Die Ecken erkunden. Nach was soll ich denn suchen? Spiel, verrate es mir doch bitte. ich weiß es mir doch nicht so. Ich habe schon festgestellt, da oben ist nichts. hier war ich auch schon überall. von da haben wir das Haus gesehen. Von da haben wir das Haus gesehen. Das muss doch eigentlich was mit dem Haus zu tun haben, meine Güte. muss es doch eigentlich. Sonst laufe ich gleich einfach weiter. Aber die Quest sagt mir das ja nicht. Die Quest sagt mir, hey, pass auf, hier ist das Gebiet. Aber ich meine, von da sind wir gekommen. Wäre hier irgendwo was gewesen, hätten wir es ja gefunden. Das muss hier irgendwo sein. Das muss mit diesem Haus sein. Bin ich der Meinung. Hier haben wir schließlich das gelernt, dass es hier so Geister Abhaltungstotems gibt, nenne ich sie jetzt mal. es muss hier der richtige Weg sein eigentlich. Aber was sollen wir denn finden? Was soll passieren? Passiert überhaupt was? Oder soll ich einfach nur weiter rennen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade wirklich sehr arg überfragt. Und wenn ich ehrlich bin, sagt mir das nicht zu. Anthea, hilf mir. Findest du hier was? Ich meine, komm, ganz ehrlich, es muss doch einen Grund haben, dass wir hier so ein Heckmeck betreiben müssen, um hier hochzukommen. Um dann da rüber zu kommen. Ich gehe da einfach weiter. Ich gehe jetzt da drüben einfach weiter, weil eigentlich ist das Spiel nicht so schwer, sage ich mal, dass man haarklein irgendwo stehen muss, um irgendwas rauszufinden. Ich gehe hier mal weiter. Vielleicht finden wir hier ja den Schlüssel zum Geheimnis oder so. Ich habe keine Ahnung. Hm. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Schön. Ganz toll. Die Eggen erkunden. Hm. Ich gehe sonst hier weiter. Ach. Wie gemein. Hier geht es also sozusagen weiter. Toll. Das war ja gemein von der Quest. Ui. Hier ist ein Schiff. Unfassbar. Und wunderschön. In der Tat wunderschön. Aber hä? Wie kommt das denn da hin? Sag mal. Aber geil. Und da unten ist ein Fragezeichen. Ich sehe, was das Fragezeichen will. Nämlich mich töten. Ähm. Achtung. Dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Ja. So. Das war doch noch nicht alles. Da gibt es doch bestimmt noch was zweites. Und wir werden... Natürlich werden wir angegriffen. Ich bin bereit. So. Hexe, guck mal. Ich habe da noch was in petto. Nämlich die gute Frau Antea. Die gibt der einen auf den Latz. Ich muss gestehen, hier gefällt das. So. Einmal ran da und... Das war's. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das haben wir dann auch. Hier haben wir was? Was zum Lesen oder? Nein. Scheußliche Verschmelzung. Ach so. Nein. Leinen. Okay. So. Links, rechts, geradeaus. Ich nehme mal an, wir müssen zum Schiff. Deswegen werde ich da doch einfach mal hingehen. Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Wie viel denn noch? Sag mal. Überall, wo man hingeht. Geisterschutzvorrichtung. 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 Auch nur in dem kleinen Bereich. Das ist mir jetzt schleierhaft, aber vielleicht werden wir den Grund dafür noch erfahren. Hier ist es sehr dunkel. Und hier sieht es aus, als ginge es zum Schiff. Tatsache. So. Pass auf. Ich gehe da jetzt rüber und dann sagt Antea, Geisterschutzvorrichtungen. Jetzt bin ich enttäuscht. Na gut. Dann würde ich sagen, was haben wir hier? Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Und ich schreie förmlich. Nein, tu es nicht. Ich behaupte mal, es ist eine Geißel. Und dabei sehe ich, die Ressourcen für die Geißeln gehen mir langsam aus. Ich beschwöre euch jetzt! Vor allem, wenn es das falsche Ritual ist. Na super. Danke auch. Für nichts. Das Ritual habe ich ziemlich versaut. Jupp. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! So. Wer bist du? Wütender Fischer. Ich wäre auch wütend, wenn ich jemand... Wenn ich die Beine in die Hand nehme, dann... Okay. Augen auf! Ich sehe, ich weiß, was da oben ist. Mein Kollege. Aua! Es ist noch nicht vorbei. La 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 la. Ich kämpfe gegen ihn. Okay, jetzt gerade wird er hier ein bisschen eklig. Kollege. Sei mal netter. Hallo. Ich bin freundlich. Ich bin gleich gar nicht mehr freundlich, Junge. Was? Wieso? Warum? Warum macht er das? Nein! Du das nicht! Warum wütend er auf einmal so eklig? Ich habe den doch gerade kaputt gemacht. Ach so, das ist der Geister, den hier... Oh Gott, Alter. Wie kriege ich den denn kaputt? Bin ich mit dem Gewehrmutter? Steht fest. Scheiße. Hä? Hä? Heilige Scheiße. Hä? Wie oft werden wir das noch hintereinander machen? Okay, dreimal. Du bist ein Visier. Hallo. Bleib bei mir. Ja, auf. Wollt ihr mich denn eigentlich gerade alle verhohne piepeln? Ich habe 100 Milliarden Mal X gedrückt, damit der sein Bumster macht. Aber nein, er macht es nicht. Er lässt sich lieber weiter schlagen. Ich finde das Spiel echt ganz cool. Aber manchmal reagieren die Sachen sehr, sehr schlecht. Und mit die Sachen meine ich Angriffe oder hast du nicht gesehen. Red und Anteia, die brauchen Ewigkeiten, bis sie irgendwo mal aufstehen, wenn sie getroffen wurden oder so. Die brauchen Jahre, bis sie wieder stehen. Und in der Zeit macht der Gegner sie halt zu Matsch. Und das finde ich nicht bereit für den Einsatz. Ehrerlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Nimm die Beine in die Hand. So, jetzt fange ich nämlich direkt mal so an. Ja, soll er wütend sein. Das ist mir gerade persönlich relativ verwurscht. Ich bin es nicht auf. So. Seht ihr, was ich meine? Der haut mir eine rein. Kopf runter. Und Red erschreckt sich scheinbar so sehr, dass er sich gleich nochmal eine reinhauen lässt. Und bevor er irgendwann mal reagiert. Wer hat es auf dich abgesehen? Ach, hat er wirklich? Du Schlaumeier-Günkel. Du Schlaumeier-Günkel. Grrrrrrrrrr. Hä? Immer noch nicht vorbei? Ach, da oben ist noch so ein Kollege. Kopf runter. Tschüss. Oh, wie eklig. Ich meine, an sich war der Gegner ja okay. Aber das nervt mich tatsächlich so ein bisschen beim Kämpfen. Wenn du getroffen wirst, dann hast du Probleme. Ganz einfach. Dann hast du Probleme. So. Und was haben wir hier? Ab ins Innere des Schiffs. Okay, hier können wir was untersuchen. Ich glaube, wenn ich hier jetzt weitermache, dann hört diese Folge nie auf. Und deswegen würde ich fast sagen, wir untersuchen das Schiff in der nächsten Folge und gucken uns dann weiter die Ecken an. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet, wen wir eventuell treffen, ob wir Leute überhaupt treffen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.